Hallo, herzlich willkommen zum internationalen Sommerfest hier in Schöneweide. Wir feiern heute ein Fest der Vielfalt und der Nachhaltigkeit. Das bedeutet, dass wir mit ganz vielen verschiedenen Organisationen, Vereinen, Initiativen zusammen feiern. Dazu gehören die Akademie Rapsudia, Mameli Sabuimiento, die Artivisten, die Kungakins-Initiative, die Kommunale Ökumene und der Migrationsfreirat und auch wir als Bezirksamt sind mit dabei. Es gibt viele Mitmachbestände, wo man Aktivitäten selbst ausprobieren kann, Workshops, Musik und darüber hinaus hoffentlich schöne Begegnungen. Musik 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 Harika bir etkinlikti. Hep beraber, tüm dostlarımızla birlikte çok etkilendik açıkçası. Berlin'e, Trepto Köpeni'ye her geldiğimizde etkileniyoruz. Yine dolu dolu bir etkinlik geçirdik. Katılımcılara ve Başkan Oliver Ligge'e teşekkür ediyorum. Yine dolu dolu olamasまずotta binemes. �� Untertitelung des ZDF, 2020